Hallo und herzlich willkommen zum 34. Teil des HTML und CSS Tutorials für Anfänger für Panyutorials.de. Mein Name ist Dennis Panyuta und in diesem Tutorial geht es um die Dropdown-Liste. Und zwar sind Dropdown-Listen Listen, die man verwenden kann, um mehrere Optionen anzubieten. Am besten, ich zeige euch mal, wie das aussieht und wie man eine erstellt. Also erst einmal brauchen wir ein Form-Tag und noch wieder ein schließendes Form-Tag. Und innerhalb dieses Form-Tags müssen wir ein Select einfügen. Select kommt von wählen und genau das soll der User ja auch machen. Dann müssen wir diesem Select-Element auch noch einen Namen geben. Und zwar nenne ich es zum Beispiel Fußballmannschaft. Schließe dieses Select und öffne ein neues, beziehungsweise schließe das Select komplett. So, und innerhalb dieses Selects habe ich mehrere Options, also mehrere Optionen, sprich Wahlmöglichkeiten. Und das funktioniert so, dass ich hier eingebe Option, also Option, Value, Wert, ist gleich. Und diesen Wert einen Namen gebe, also zum Beispiel FCB für Bayern München. Und das Option-Tag schließe und dann den Text, der angezeigt werden soll. Also zum Beispiel Bayern München. Danach muss ich das Option-Tag wieder schließen. Und ich kopiere das jetzt einfach mal und füge es unten drunter viermal ein. Und ändere hier jetzt jemals den Wert. Und zwar zum Beispiel zu BVB. Gebe hier statt Bayern München Borussia Dortmund. Dann hier statt FCB gebe ich SC Freiburg ein. Also SC Freiburg. Und so weiter. Also das Prinzip habt ihr jetzt hoffentlich verstanden. Ganz simpel eigentlich. Hier gebt ihr eben Form ein. Dann Select. Den Namen dieses Selects, den ihr verwenden möchtet. Dann Options mit einem Wert, den ihr eben braucht, um später damit arbeiten zu können. Also zum Beispiel damit zu programmieren oder die Eingabe des Nutzers weiter zu verarbeiten. Dazu braucht ihr eben PHP. Und als letzte Option, welchen Verein haben wir denn noch? VfB zum Beispiel. Und zwar VfB Stuttgart. So, jetzt speichere ich mal und aktualisiere. Und ihr seht hier jetzt eine Dropdown-Liste. Ich gebe dir jetzt noch einen Namen hier oben drüber. Wähle deine Lieblingsmannschaft. Beziehungsweise nicht Namen, sondern einen Text. Dass der Nutzer weiß, was es hier zu tun hat. Wähle deine Lieblingsmannschaft. Nochmal speichern und aktualisieren. Und auch hier können wir noch einen Break einfügen, damit das in der Folgezeile angezeigt wird. Und hier sehen wir, wenn ich da draufklicke, habe ich jetzt diese fünf Optionen, die ich hier eingetragen habe. Also ich kann jetzt eben wählen, Bayern München oder Dortmund und so weiter. Dieses Ding hier heißt eine Dropdown-Liste. Und die Breite dieser Dropdown-Liste hängt jetzt davon ab, wie breit das breiteste Element davon ist. Also sprich, das breiteste ist Borussia Dortmund. Also hat es hier ungefähr die Breite von Borussia Dortmund. Wenn ich jetzt hier noch weiteren Text eingeben würde, ho ho, dann wird das Ding insgesamt breiter. Ihr seht also, die Dropdown-Liste ist breiter geworden, weil das breiteste Element so breit ist hier. Und damit hätten wir eigentlich auch Dropdown-Listen schon abgeschlossen. Also ihr seht, was ihr machen müsst. Ihr braucht eine Form. Dann innerhalb dieser Form habt ihr ein Select, dem ihr einen Namen gebt, damit ihr mit dem Select später arbeiten könnt, wenn ihr damit programmiert, beziehungsweise die Werte einfach weiterverarbeiten wollt. Außerdem braucht ihr Options, also ein öffnenes Option-Tag. Innerhalb dieses Option-Tags gebt ihr dem Ganzen noch einen Namen, also den einzelnen Optionen einen Namen, sprich den Value, ein Wert, dass ihr damit auch, also das eben, wenn jemand zum Beispiel Bayern München auswählt, dass dann der Value FCB weitergegeben wird und wir dann eben sagen können, okay, in Zukunft zeigen wir ihm nur noch Werbung zu FCB-Fanartikeln oder sowas. Dann hier der Name, der angezeigt werden soll, hier in der Dropdown-Liste und dann das schließende Option-Tag. Und das wiederholt ihr eben für, je nachdem, wie viele Optionen ihr haben möchtet oder wie viele Vereine ihr zum Beispiel einfügen möchtet. Also, damit wären wir mit den Dropdown-Listen fertig. Im nächsten Tutorial kümmern wir uns dann um die Radio-Buttons und Checkboxen. Also, schaut es euch an, abonniert meinen Channel und bis zum nächsten Tutorial. Macht's gut, Leute!